Guten Tag! Ganz überraschend hat sich Eloy de Jong verliebt und zwar in keinen Gewinneren als Ross Antony. Es ist in der Sendung bei Florian Silbereisen bei der Sendung 100.000 Lichter passiert. Die beiden sind schon länger gute Freunde, aber jetzt wurde aus der Freundschaft echte Liebe, sagt er. Die beiden haben sich Hals über Kopf ineinander verliebt und Ross Antony will sogar seinen Mann für Eloy verlassen und will ihn heiraten, sagt er, und das so schnell wie möglich. Die beiden sind jetzt tagtäglich zusammen und nicht mal ein besonderes Ereignis im Fernsehen kann die beiden trennen. Die Liebe ist echt. So viel ist sicher, sagt er, und wir denken echt darüber nach, ob wir nicht bald zusammenziehen werden.